Hier ist C2LP und hier ist unser neues Let's Play, unglaublich, und das Spiel heißt Landwirtschaft Simulator 2013! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ja. Dieses Mal haben wir am Anfang nicht gezeigt, wer der Entwickler und der Publisher und so weiter ist, da das Spiel es einfach nicht wollte. Deswegen zeigen wir jetzt hier schon direkt, nach dem Anfang, die Credits und nicht am Ende. Am Ende werden es wahrscheinlich auch sagen und viel Spaß! Ja, ich fang hier mal an die Vorlupe 2, Giant Software. Äh, XQ... okay, Christian Ammann. Stefan Geiger, die alte Geige. Thomas Frey. Renzonschönen. Michael Persson. Thomas Brunner, Jonathan Siebermeiler, Nebenhoff, Manuel Leitner, Eddie Edwards, Clary, und so was das? Marc Schwegler. Die Artists Joseph R-El, Thomas Flux, Roger Kerzener, Sebastian Homberger. Tobias Räuber. Paavo H-König. Q-Eliit Chris Wachter. Stefan Seidel, Manuel Adams, Lukas Guhl, Hans-Peter Imboden, Sven Bräutigam, Alex in der Sparztrausel, Petters, nur lieben würde auch der allein da nicht mehr fokus auf entdeckten das ist die gelderung marketing thomas barrow xavier also nur anna so viel wert ist der traurig nur kennig er war mit dem jahr der alten nachhaltig von tierischen geflogen der inhaltiert die hälfte labigalem xavier sansohn bertrand meilat ludovic Ugo Riebauch, der im Franzis Waitens, der Anfang von Trui Faikaro und Pana Lestrade. Ach, Mario, die Karin der Leverkonten. John Berth. Jan-Michel Hellendorf und Damien Ducca. G. Nusef Gaccia und Gilda Succa. Stefan Le Gac Savoy und Camille Lalle. Nathalie Jérôme Atriambro, Floride Nisse, Lucas Maureen, Volga Rammat. Sibora Ballange. Jean-Pierre Boudon. Published in Germany bei Astrakon. Susanne Schirbel, Jens Bruder, Thorsten Kritsch. Dirk Ola. Marguerite Wolff-Dim-Schmidt. Dirk Wallner. Published in Poland bei CD Projekt. Wie der Name? Lokalisation, Roboto-Translation. Copyright 2003 bis 2002 Giant Software GmbH. anychl. Straftingent. Jæriger Luther King. Die Huksessky, Spai, NVIDIA Copyright 2009. NVIDIA Corporation. BIPA Software GmbH. Nur Holg, Uwe, 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 Uwe. Ssorg, Uwe, Uwe. Ssgl. Uwe, Ssgl. gefälligst du wenn er mit Biotto Roma oder Brüner Martin Bärwolf und Mathieu Lennitz welchen fängst du nicht fächelig ja wir fangen gerade erst an das zu spielen dann schon und ist der Typ der war vorher nicht Mohamed der war Mohat 11 und nicht Mohamed ich muss mich er entschuldigen bei dir Kola ich habe in der Kohl ja Herr Hola, sie heißt natürlich nicht Hola vielleicht sind sie Hola aber wir fangen jetzt am besten mal an mit der Karriererie ein neuer Spielstand wäre von semi-normal, einfach oder schwer boah was steht denn da überhaupt hier im einfachen Schwierigkeitsgrad beginnen sie mit einem größeren Startkapital ach egal und ihr Darlehen bei der Bank ist verhältnismäßig mini für Missionen erhalten sie mehr Geld und Assistenten verlangen weniger Lohn scheiße für die meisten Spieler ist normal zu beginnen die beste Wahl super Information wer eine Herausforderung sucht startet auf schwer hier verfügen sie über bedeutend weniger Startkapital und sind zudem bei der Bank bereits verschuldet sind wir überall für über für erfüllte Missionen erhalten sie weniger Geld als Anstände eines Assistenten das sollte ich teurer ja da wir ja die super Landwirte sind ich und der Tobias würde ich mal sagen wir starten bei normal irgendwann mal können wir ja auch ein neues Profil mit schwer oder einfach machen wenn es uns dementsprechend zu leicht oder zu schwer ist äh ja normal so es gibt ja nur eine Stelle und zwar die Hagenstedt sie haben so eben einen schönen Bauernhof in Hagenstedt er standen beweisen sie nun ihre Fähigkeiten als Landwirt und kurbeln sie die regionale Wirtschaft an noch was kleines Entschuldigung und zwar wir werden auch immer mal wieder Mods einstellen die werden wir auch kurz vorstellen und wir werden auch Maps kurz machen und äh also vorstellen nicht selbst machen das können wir nicht wir sind zu dumm und ja deswegen können wir auch ein paar deswegen machen wir auch ein paar Spielstände die nachdem sind manche Spielstände auch leicht oder schwer wir beginnen jetzt erstmal hier leicht mit Hagenstedt ja ähm also wie gesagt wenn ihr Mods schon Maps habt schreibt es in die Kommentare am besten mit links ähm wir werden dann wenn wir überhaupt was bekommen äh einbringen allerdings nicht so eine abgegammelte Map oder abgegammelte Mods so zum Beispiel ein Fahrzeug was nur halb zu sehen ist oder es sollte schon ein ein eine gute gemachte Mod oder ein gut gemachtes Map hihihi da sagt man nicht so oder egal ähm der Name Session äh werde ich äh ich weiß das ist Session Session genau Entschuldigung ich weiß das Session heißt aber ich sag Session ähm äh werde ich jetzt einfach reden weil der Marcel ähm gerne einparkt und deshalb fährt er sie zu den Metz also es gibt die hier über 30 Spielstände und ich denke man die drei Spiechenden kann man genug Metz machen der Laufmann zu diesen Fragezeichen da es kommt nicht so komisch an und zwar willkommen das ist ihr neue Bauernhof folgen sie dem Schotterweg links und zum Stellplatz ihres Hofes zu gelangen dort finden sie weiterhin weiße zu dem Spiel viel zu lesen übrigens ja das äh das machen wir doch jetzt mal hier links links wo es links und da wo der Daumen rechts ist ja genau ja warte ich muss das Mikrofon können eine andere Position bringen damit es besser für uns beide ist ja so ist ja schön oh das ist äh das ist ein sehr altmodisches Dorf sieht aus wie so eine Mülltonne wie schon im letzten Test wenn man gesagt wenn man hier so vorn steht sehr Scheiße sieht's aus aber von Weitem sieht's noch behindert aus also die Deutsche Post soll sich da wirklich mehr Mühe geben mit ihren Postkästen ja das äh sind Garagen ja wird einmal wo die kleine Hütte gelaufen genau kann man da eigentlich auch rein da braucht man wahrscheinlich diesen Tor auf nörd dieses dieses da gibt es so Mord Mord das machen ja es ist doch wer und Prozent das machen die ja gerne dieses Dorf wir sind hier beim Landwirtschaftssimulator 2013 Astrakon und Giants Software nicht bei SDS Software Oh ja, Giants Software macht's auch gut also das mit dem Dorf das ist fast bei vielen Simulatorn spielen Stroh und Heu genau ja wenn sie Stroh und Heu ballen wenn sie für Stroh und Heu oder Heu ballen keine weitere Verwendung haben können sie diese hier einlagern und etwas Geld dafür gewinnen ich empfehle dir einfach ein bisschen schneller zu lesen denn die Texte verschwinden nach ein paar Sekunden doch das stimmt hier Mob mission so wir gehen jetzt weiter auf die Jagd nach Fragi Zeichen ja dafür ja noch nicht also wenn wir dann da einsteigen werden wir glaube ich den Ton etwas leiser machen wie wir alle im Let's Play im Let's Test ja was jetzt alle wie viele im Let's Test gesagt haben das werden wir dann noch tun jetzt in dieser ersten Aufnahme Session wir müssen nur ein bisschen lauter reden weil wenn ich jetzt den Ton noch leiser mache wird man fast gar nichts und mal zum Spiel mit was wollen wir denn jetzt beginnen ich denke mal da hinten ist ein Feld das könnten wir doch ernten ja also ich muss ganz ehrlich sein im Let's Test war es ein bisschen zu laut für mich mit diesen 30% die wir eingestellt haben das liegt ja auch an an unserem Headset das nicht das irgendwie nicht so laut das alles wieder gibt ja wir werden es einfach versuchen ich würde erstmal auf die Jagd nach Fragezeichen gehen denn die geben uns ja doch Hinweise über das Spiel aber ich mit den Fragezeichen das würde ich erst machen wenn wenn wir auch wirklich Fragen dazu haben weil wir wenn wir jetzt warte wenn wir jetzt da das Fragezeichen machen wissen wir was das ist aber in 2-3 Monaten wissen wir es dann nicht mehr obwohl wir es in 2-3 Monaten benutzen werden aber jetzt wahrscheinlich noch nicht weißt du was ich meine deswegen ja oh da kann man hoch ja das hat so viel gebracht wie einfach mal ihre Fahrzeuge benötigen Treibstoff nein überhaupt nicht den sie hier gegen Geld auftanken können sie finden noch weitere Tankstellen im Dorf beim Ladenhandel und bei der und bei der Spinnerei also bei der psychischen Klappe genau das ist ein Zaun wir lesen uns den Zaun durch Hühnerstall sobald sie Hühner kaufen werden die sie direkt hierher geliefert Hühner können Eier welche sie im Dorf oder beim Landhandel verkaufen können ach sie legen Eier ich hab so wo wir sind auch richtige Höhenläufe denn wir können ja wir können drüber springen über den ganzen Zaun hier wey wir sind die richtigen Höhenläufe ja der fühlt sich einsam wir fahren jetzt wir fahren jetzt mit dem Traktor zu Fragezeichen das hat man auch nicht alle Tage zu einem Traktor zu Fragezeichen ja ich rede jetzt ein bisschen lauter wir werden nachher schauen falls es doch zu laut ist werden wir den Tor natürlich in der zu weiten Session äh da ist ja äh oh Gott in diesen Situs können sie rübergehend Rohstoffe lagern nein wusste ich nur nicht fahren sie dazu mit einem gefühlten Kipper über die Abladestellen laden sie die Fracht ein Symbol wird rechts eingeblendet sobald sie richtig stehen und den Kippvorgang einleiten können um einen der Rohstoff aus dem Lager zu entnehmen stellen sie einen Anhänger unter das entsprechende Situs Situ genau der Kipper wird dann aufgeführt hier bis er entweder voll oder bis das Silo leer ist ja also unser Name fällt hier auch im Letztest hier natürlich heißen wir nur Situ LP weil wir ja weil wir ähm viele weil wir viele ähm wie sagt man viele weil wir viele Silos auch zu Hause haben ja hier hier ähm Kartoffeln und äh Rübenzucker äh nein Zuckerrüben Kartoffeln und Zuckerrüben können sie lagern indem sie die sie hier abladen auf der Rückseite der Halle stehen zwei Förderbände wo sie Anhänger füllen aha du musst mich nicht zuwinken ich bin schon mal ja bisher sehr interessant muss ich sagen äh ja hier Saatgut, Sämaschinen können sie gegen Bares bei diesen Paletten auf öh beim Gartencenter und beim Landhandel finden sie weitere Stellen mit Saatgut so Saatgut so ja hier boah danke boss hier rumgeslidet hier das hat ja GTA hier bei beim GTA bin ich immer auch äh ja das ist schon unser erster Crash das hat ja das hat ja sogar bei Euro 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 nicht so lange gedauert aber ja oh da ist ein Zaun ein Brunnen am Brunnen an Brunnen wie diesen können sie Wassertanks auffüllen ja ich glaub der wird nicht für einen Wassertank reichen naja hier schön durch den Garten der Nachbarin ja das macht man doch gerne mit seinem Traktor einfach mal durch den Nachbargarten fahren ja hier der hier hat im Lotto gewonnen der Nachbar über die hier hat schöne Wäsche aufgehangen vernichten wir jetzt mal hier Feuerzeug und weg damit die äh oh die ist noch dreckig würde ich sagen schöne Bikinis aha ja bestimmt machen jetzt alle Männer von euch Stopp ich kann es leider fischen nur um den Bikini zu sehen ist übrigens größer Bö ja das haben sie extra ausgemessen bei der Praktikantin ja nein ähm ja ja nein nein das war jetzt nicht so witzig und äh das war auch nicht so nein ja wir haben das ähm ne ist das oh Dünger wollen sie eine Spritze oder einen Spreuer mit Dünger füllen fahren sie mit dem mit der Geräte zu diesem Tank Dünger kostet Geld welches ihnen beim Füllvorgang abgezogen wird beim Gartenzenter und beim Landhalten können sie Spritzen im Spreuer ebenfalls ausfüllen also mit der Geräte nicht müssen gut ich glaub das waren jetzt alle und ich denke wir sollten jetzt mal mit dem da ernten sollten wir jetzt anfangen äh warte was ist das da hinten zielstrebig laufen wieder hin ach die Helpline das machen wir dann wenn wir Fragen dazu haben ich denke mal jetzt sollten wir eine kurze Pause machen und gucken ob der Ton ok ist und wir sehen uns dann gleich wieder doch doch doch